Ich bin Adrian Zimma, wohnhaft in Ätikofen, bin 28 und sitze sieben Jahre in der Nationalmannschaft. Meine Position ist Flügel und darum bin ich vor allem zuständig für ein gutes Forechecking und zum Galschiessen. Speziell für die Heim-VM werden wir nochmals einen Gang hochschalten. Darum mache ich extra Training und mache es vor allem auf dem Bike. Das ist für mich eine super Alternative zum Säcklen und lässt mich vor allem auf das Einzbeissen. Wir sind bereit! Wir sind bereit!